Hey und willkommen zum D-SIMSphere Bautipps Video zu den Kellern in D-SIMSphere, die es seit Ende März mit einem kostenlosen D-SIMSphere Spielupdate gibt und wir legen gleich los hier im Wände und leeren Zimmer. In diesem Tool hier findet ihr jetzt das Keller-Tool und das könnt ihr einfach hier so platzieren, also hier einen Raum aufziehen. Auf dem Boden funktioniert das natürlich nur und jetzt seht ihr natürlich nichts, aber wenn ihr hier jetzt das Stockwerk runter geht, dann habt ihr hier jetzt diesen Keller unter der Erde quasi und es gibt nicht nur ein Stockwerk unter der Erde, sondern es gibt natürlich zwei, denn wir gehen uns nicht mit einem zufrieden. Also ihr könnt hier wie normal auch Räume aufziehen auf den verschiedenen Stockwerken und ihr könnt auch jetzt hier mit den Pfeiltasten hoch und runter schalten und wenn ihr irgendwie jetzt Pools habt oder so, dann seht ihr die auch unter der Erde, also wenn ich jetzt hier einen Pool aufziehe, dann habt ihr hier einen Pool und ich kann jetzt aber auch unter der Erde im Keller quasi statt diesem zweiten Untergeschoss, hier kann ich hier auch nochmal einen Pool aufziehen, der dann quasi eine Ebene weiter unten ist. Ja, wie kommt man in den Keller? Dann natürlich mit Treppen und die Treppen, die müsst ihr ja immer an dem Grundstück unterhalb starten, weil wenn ich jetzt auf dem hier eine Treppe mache, dann geht die ja natürlich nach oben, aber ich will ja von unten nach oben raus und hier kann ich dann auch schön richtig die platzieren, wie ich das will. Also ich platziere eine Treppe und jetzt seht ihr schon, hier kommt jetzt Licht rein von oben, denn ja, hier ist jetzt natürlich offen, wenn jetzt hier ein Raum darüber wäre, dann wäre die, ja, wäre die, das Licht würde dann nicht nach unten durchgehen natürlich und jetzt kann ich, was vielleicht ganz cool ist, was ihr noch nicht vielleicht wusstet, man kann auch Löcher in den Boden machen quasi mit den Kellern, also hier habe ich ja diesen Raum, diesen Kellerraum und wenn ich jetzt nach oben gehe, dann habe ich jetzt hier am Rand so eine gelbe Leiste, wenn ihr die sehen könnt und wenn ihr jetzt auf diese gelbe Leiste klickt, dann seht ihr hier Decke entfernen und damit wird die Decke von diesem Kellerraum hier unten entfernt und dadurch bekomme ich jetzt hier dieses Loch, natürlich bringt mir jetzt hier die Treppe nichts, aber das ist ein anderes Beispiel, ich kann die Treppe jetzt natürlich an den Rand platzieren, also so könnt ihr einfach auch Löcher in den Boden machen, wenn ihr das wollt, hättet ihr jetzt da nochmal einen Raum drunter, dann könntet ihr auch hier das Stockwerk entfernen, aber hier gibt es jetzt auch schon das Stockwerk entfernen und drunter ist ja nichts und was kommt dann, hier kommt dann Erde, das ist auch ganz lustig und ganz nett zu wissen, also ich kann jetzt hier nochmal einen Kellerraum aufziehen und jetzt habe ich hier auch, ja, ein Loch, weil ich dieses Stockwerk hier entfernt habe. Wenn ich das Stockwerk nicht entferne und hier jetzt einen Keller platziere, dann ist das so, wie eben auf der Ebene darüber auch. Ich habe hier dann quasi keinen Zugriff, ich habe ja kein Loch im Boden, aber ich kann hier doppelt klicken auf den Boden und hier Stockwerk entfernen wählen und dann habe ich quasi diese Löcher. Also ich kann mir schon richtig coole Sachen vorstellen, was man damit machen kann. Also zwei Ebenen unterhalb, natürlich kann man hier an den Rand des Kellers, weil hier kein Raum mehr ist, keine Fenster platzieren, aber ihr könnt hier beim Pool und so, könnt ihr Fenster platzieren, ihr könnt auch ganz normal hier unten Türen platzieren zu den anderen Räumen, wenn es hier welche gibt. Und, ja, das klappt jetzt hier nichts, Grundfläche, überschneide Gelände, genau, ich brauche hier am Boden. Also hier kann man auch wieder diese Platten dann natürlich platzieren, wenn man dann doch wieder einen Boden haben will. Und dann lässt das Spiel mich hier jetzt auch hoffentlich Türen platzieren, nee, auch nicht. Das ist jetzt ein bisschen komisch. So, Vorführeffekt, das ist ganz neu, ich nehme das Video direkt auf. Ich weiß jetzt auch nicht, was das ist, aber das funktioniert auf jeden Fall. Das müsst ihr ja selbst mal ausprobieren, das ist jetzt ein bisschen komisch. Aber wir machen jetzt hier weiter, bevor ich hier ewig rumsuche. Denn mit dem Update kamen nicht nur die Keller dazu, sondern wir können jetzt auch bis zu vier Stockwerke nach oben bauen. Bisher waren das drei in der Höhe und wir können jetzt vier Stockwerke nach oben bauen und dann natürlich ganz oben noch das Dach draufsetzen, wenn wir denn eins haben wollen. Also vier nach oben und zwei nach unten, das macht dann insgesamt sechs Stockwerke. Das heißt, das sind doppelt so viele wie bisher, natürlich zwei unter der Erde. Auch hier könnt ihr natürlich weiterhin die Wandhöhe festlegen und so jetzt richtig hohe Türme bauen. Und unter der Erde ist das nämlich genauso. Also auch unter der Erde bei den Kellern kann man hier die Wandhöhe festlegen. Und dadurch ist es möglich, auch richtig coole, ja, tiefe Keller zu bauen, die dann richtig tief nach unten gehen. So sieht das dann aus. Also es ist ja schon ein richtiges, kann man schon richtig riesige Häuser dann quasi bauen, auch stockwerkübergreifend. Und das Grundfläche überschneidet das Gelände. So, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich hier wieder verpennt habe. Eigentlich müsste das doch gehen oder bin ich doof jetzt hier? Ist das irgend so ein Fehler, was ich hier... Das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber normal, also ich habe gesehen, natürlich kann man hier... Ach so, weil hier ist kein Raum mehr, ne? Also hier ist kein Raum. Natürlich kann man nicht in das Freie hier, in das Dunkle was bauen. Also ich bräuchte hier einen Raum und dann klappt das natürlich auch mit den Türen. So, sorry. Ich habe es gecheckt. Also hier jetzt natürlich eine Tür und so funktioniert das. So, und jetzt habe ich noch was und zwar etwas erweitert, denn es gibt ja die Möglichkeit, quasi so kleine Zwischenstockwerke zu bauen, wenn ihr das könnt. Also ihr könnt natürlich hier Fundamente bauen. Ich mache jetzt hier mal das Fundament nach oben. Und natürlich könnt ihr jetzt nicht direkt vom Fundament in den Keller, weil hier ist ja noch dieses Stockwerk quasi, diese Ebene des Bodens dazwischen. Da gibt es aber eine coole Möglichkeit und zwar kann ich ja weiterhin Zwischenstockwerke machen. Das heißt, ich kann hier, obwohl ich entferne hier mal das komplette Grundstück, damit ich hier wieder Platz habe, damit das alles sauber ist. Also ich platziere einen Keller unten, Kellerraum schön groß und ich platziere hier oben ein Fundament. Ein Fundament mit so einer gewissen Höhe, damit man das gut sehen kann. So, und jetzt kann ich natürlich hier keine Treppe von unten nach oben machen, weil eben das Fundament hier im Weg ist. Also wenn ich jetzt hier klicke, dann komme ich hier durch direkt auf dieses Fundament, aber nicht auf diesen Boden hier. Und wenn ich auf den Boden gehen möchte, also hier sieht man jetzt auch, hier haben wir so eine, so diese, diese Fundamentwand nach innen. Das wollte ich jetzt gerade mal ausprobieren, ob man hier die auch stylen kann. Ne, das geht leider nicht. Also hier haben wir jetzt, ah, das ist auch cool gemacht, hier ist so schräg, geht so schräg nach unten. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt möchte, dass ich erst auf dieses Zwischenstockwerk komme, dann kann ich ja einen Raum hier aufziehen. Das mache ich jetzt mal hier. Und ich platziere hier einen zweiten Raum, damit das gleich abgegrenzt ist. Und jetzt kann ich hier nämlich hier das Stockwerk entfernen. Und jetzt kann ich die Wand hier auch wieder entfernen. Und dann habe ich quasi so ein Zwischenstockwerk. Das kennt ihr, das ging auch bisher schon. Und wenn ich jetzt oben hier, ähm, den Raum noch geschlossen haben möchte, dann muss ich einfach ja hier, ähm, noch eine Platte platzieren. Dann wird das auch als geschlossener Raum, ähm, angesehen. Und, ähm, ja, das Licht wird richtig berechnet. Und jetzt habe ich hier quasi so ein Zwischenstockwerk. Und jetzt kann ich natürlich hier vom Keller aus eine Treppe nach oben machen, die dann erst mal auf dieses Zwischenstockwerk geht. Und dann, ähm, ich drehe die jetzt hier mal, nur damit es besser ein bisschen aussieht hier, also als Beispiel für den, für eine mögliche Baugestaltung. Man kann jetzt ja hier auch die Treppen hier nach unten machen, vom Zwischenstockwerk, ähm, in dieses, in dieses Bodenstockwerk quasi. Und dann erst nach unten. Also das funktioniert auch noch weiterhin mit diesen, ähm, ja, mit diesen Zwischenstockwerken. Ich mache jetzt hier mal eine kurze Beleuchtung rein, damit ihr das seht. Aber wir kommen jetzt auch schon zum Ende. Das waren die Tipps und Tricks zu den Kellern, ähm, in die Sims 4. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr noch nicht, ähm, Abonnent seid. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Bautipps-Video. Macht's gut. Ciao.